Die Flexback ist das perfekte Zubehör für deinen EXO. Warum, zeige ich dir in diesem Video. Du kannst die Flexback aufgrund ihres geringen Packmaßes immer mitführen. Ich zeige euch das einmal im Detail. Wir haben hier die Haken, die werden im Gurtbank eingehängt. Und somit könnt ihr weiterhin Rucksäcke, Pakete oder alles andere transportieren. Wenn ihr die Flexback benutzen möchtet, einfach herausnehmen, aufmachen. So, sie gibt dann bis maximal 20 Liter Volumen frei. Wird noch ein bisschen größer, wenn wir die Seiten öffnen. Ich mache jetzt mal ein Kissen rein. Ich habe nämlich gerade kein Vorred dabei. Und dann seht ihr, wie es gefüllt aussieht. Tada! So, jetzt gefüllt. Und ihr seht schon, das ist die perfekte Lösung für kleine Sachen. Weil ihr könnt ja im EXO ganz kleine Sachen gar nicht transportieren, würden ja rausfallen. Ergo, wenn ihr die Flexback dabei habt, könnt ihr Einkäufe machen. Ihr könnt Dinge, die sonst rausfallen würden, einfach hier reintun. Und das Ganze, mithilfe der Haken, wieder im EXO fixieren. Und seid dann immer sicher unterwegs. Macht es nochmal zu, ganz normal, wie ihr es immer macht. Die Gurtbänder nicht vergessen. Bitte fixieren, damit ihr keine Schlappgurte habt. Und schon kann die Fahrt losgehen.